hallo herzlich willkommen zu einer weiteren feier von secret neighbor der kloster alpha andy ist es andy ist es fix andy ist es sowas von fix da ist ein schlüssel haben wir jetzt zu dritt rumlaufen okay du hast einen blauen zwei gelbe zwei rote okay hier ist zu hier kann man ja ich auch wer hat das schlüssel ich habe auch kein ich habe hier eindeutigen schlüssel gehört also entweder verarscht uns gerade jemand ich habe einen roten schlüssel gefunden ich habe gelben so rot auf sowieso deswegen ja ja bei dir mit kisten stapelt da da kommst du hoch warte ich komme hoch dann werde ich dir doch was du am kopf möbel ich habe topf auf dem kopf warum hast du topf auf dem kopf weil ich kann darum ist doch möglich was kann ich mit der milch tun ich bin halt kogen alter ich bin halt kogen hallo hallo du hast mich gerade verjagt ich habe ich habe ich habe ich habe abgeschossen ja ich weiß gar nicht was wir noch brauchen rot und ich glaube holmes ist es gerade und ja vielleicht hat er sich selbst eingesperrt moment jetzt weg ja dann ist es holmes eindeutig ja ich gehe von dir weg du verfolgst mich was ich will hier nur irgendwo rein mehr nicht pack uns rein pack uns rein pack uns auch ne wir sind die topf gang wir beide einen topf auf dem kopf oh ja ich komme ah fuck ah ich bin auch da ich bin guter gefallen ähm ich bin auch da oh neeeeee ich glaube alle zu fliegen eh oh lol ah scheiße oh man holmst du assiii holmst oh war das dumm wow da bin ich die schnelle ruhm alter war das dumm ich falle raus ah nee andy is es andy is er okay dann machen wir noch eine drauf weil das war jetzt fünf minuten ich habe vier schlüssel wenn ich jetzt noch einmal ich weiß einen habe ich welche farbe gelb doch einen weg weg Was? Ich mach den Schubladen. Wo ist es? Ich kann es nicht erkennen, wer es ist. In der großen Küche. Ach scheiße, da bist du mega weit weg von mir. Wahrscheinlich Andi, weil der direkt hinter dir war. Hallo? Ja? Ja, ich glaube auch. Hi. Hi. Hallo, Pat. Hallo? Drei blaue und eine rote. Dann nochmal zwei blaue. Hi, hi. Wir gucken, ob es draußen wieder eine Hütte gibt. Ja, es gibt immer eine Hütte. Genau. Aber ich würde eher ein bisschen auch in die Ecken schauen. Ja. Hier. Nein. Nein, ich hab... Nein, macht gar nichts. Ja, ich bin von oben vom Dach runtergesprungen. Ah! 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 Unten! Hilfe! Ah! Ich bin frei! Ich hab mir gedacht, Zitscher ist tot. Ah! Ich bin raus! Ich bin raus! finals! Ah, tss구요! Oh, der fuck kommen wir uns jetzt angemört. Äh… Ein blau und einen roten brauchen wir noch. ist das jetzt an die ist es nicht ja ja der wahl ist ja ich bin ganz oben aber da sind nicht raus und ich habe irgendein schalter betätigt hallo hört ihr mich ja ich habe irgendein komischen schalter betätigt ich weiß nicht was das war ich war ganz oben am dach das habe ich jetzt gemacht damit nein 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 ich habe einen blauen schlüssel nein ich habe den schüssel beschützt mich ja habe ich ich war ganz oben am dach ich wusste nicht was da los ist wir sehen uns bei der nächsten folge wir sind raus ja 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 ja